Herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Klaus Weigel. Er ist International Senior Sales Manager bei Spark Technologies und wir sprechen heute über Einsparpotenziale durch automatisierte Verpackung. Lieber Herr Weigel, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlichen Dank, Frau Schulz, für die Einladung. Sehr gerne. Herr Weigel, zu den Haupttätigkeiten im E-Commerce gehört ja die Kommissionierung und versandfertige Verpackung von den bestellten Produkten. Und wie wir wissen, sind die Kunden von heute doch recht verwöhnt und erwarten dann auch eine Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Was bedeutet das denn für Sie als Herausforderung in der Organisation, aber auch in der Personalmanagement, sage ich mal? Das ist eine sehr große Herausforderung für unsere Kunden, die dieses Fulfillment-Kommissionierung und Verpackung machen müssen, jeden Tag. Das Versprechen steht und es ist weniger die Anzahl, wie viele Aufträge pro Tag kommen, durchschnittlich, denn der Durchschnitt ist ein sehr undankbarer Wert, denn der wird nie stattfinden. Es findet eine Volatilität statt. Es gibt Ausschläge nach oben, es gibt Ausschläge nach unten und insbesondere, wenn ich Ausschläge nach oben habe und viele Aufträge, dann muss ich sie trotzdem in einer gewissen Zeit abarbeiten, damit ich eben diese Zeitfenster, diese Versprechen einhalten kann. So, deswegen weniger die schiere Zahl an Aufträgen, darauf könnte man sich theoretisch einstellen. Es ist das Schwanken, jeden Tag, aber jeden Tag die gleiche Leistung abliefern. Und da kann eben Automation eine Antwort darauf geben, weil wir mit Automation sehr leicht skalieren können. Wir können mit wenigen Mitarbeitern sehr hohe Schwankungen nach oben abfedern. Wir können aber auch die Automation sehr schnell herunterfahren und uns nach unten anpassen. Und jetzt ist es ja so, dass es nicht nur diese tagesaktuellen Schwankungen gibt, sondern auch die saisonalen, wenn wir jetzt mal an Weihnachten denken oder an den Black Friday. Wie gehen denn die E-Commerce-Unternehmen mit diesen Auftragsspitzen um? Traditionell haben wir gelernt oder haben die Unternehmen gelernt, dass man in diesen Zeiten mit Aushilfskräften zeitlich begrenzt eben diese Peaks überlebt und eben die Versprechen einhalten kann. Das geht nicht mehr so einfach. Wir sehen eine Veränderung am Arbeitsmarkt. Es gibt weniger Fachkräfte, es gibt weniger Kräfte auch in der Logistik, die zur Verfügung stehen. Es gibt mehr Firmen, mehr E-Commerce, mehr Distanzhandelsfirmen, die natürlich zur gleichen Zeit diese Peaks aufweisen und eben auch dann nachfragen nach diesen saisonalen Kräften. Jetzt streiten sich also mehr Unternehmen um weniger Mitarbeiter, sodass dieses Modell der Zeitarbeiter für Peaks immer weniger Wirkung zeigt. Und da kann eben auch Automation eben eine Unterstützung oder eine Lösung darstellen, weil ich hier mit sehr viel weniger Personal extrem hohe Ausstoßzahlen erzeugen kann und eben wieder meine Versprechen bedienen kann. Und wie funktioniert jetzt diese Technologie ganz genau und wie viele manuelle Verpackstationen ersetzt? Zum Beispiel eine Maschine? Kann man das so sagen? Ja, also wir haben zwei Maschinentypen und ein Maschinentyp mit einer Geschwindigkeit von 500 Paketen pro Stunde kann durchaus 10 manuelle Packplätze ersetzen. Wir haben einen zweiten Typ mit 1100 Paketen pro Stunde Fertigungsleistung. Da ersetzen wir gar 20 manuelle Packplätze. Wie funktioniert das? Auch wir nutzen den Menschen dort, wo wir der Meinung sind, es ist richtig, einen Menschen einzusetzen. Wir platzieren die Ware auf unserer Maschine, auf einem Eingabetisch. Und ab diesem Moment übernimmt die Maschine vollautomatisch den Verpackungsvorgang. Wir beginnen mit dem Vermessen des Inhalts, der umpackt werden soll. Wir schneiden ein Wellpuppet-Template zu, das dann genau sich um die Ware falten lässt, ohne dass eben Rohlräume entstehen. Wir verkleben und fixieren die Box. Wir wollen ein transportfähiges Postpaket erreichen. Wir etikettieren, belabeln es mit dem Versandlabel und auf Wunsch auch noch mit einer individuellen Botschaft, die wir über eine In-Chat-Technologie aufsprühen können. Um einen Karton zum Beispiel versandfertig zu machen, muss der ja frankiert, etikettiert, veredelt werden. Wie weit decken denn Ihre Lösungen diese Prozesse ab? Das Frankieren ist selbstverständlich ein Teil des Packens, deshalb auch ein Teil unseres Automationsprozesses. Jedes unserer Pakete bekommt ein sogenanntes Versandlabel mit dem Empfänger, was gleichzeitig dann auch das Porto für den Transporteur darstellt. Wir sind auch in der Lage, zusätzliche Labels aufzubringen, individuell. Wenn ein Auftrag ein Gefahrgut enthält, muss es heute gekennzeichnet werden. Wir geben der Maschine die Information mit, dass eben dieses Paket ein Gefahrgut-Label bekommt, das nächste Paket nicht. Und darf ich mal nachfragen, würden Sie jetzt tatsächlich sagen, eine Maschine verpackt besser als ein Mensch? Hier muss man differenzieren. Also wir sagen nicht, dass eine Maschine besser packt als ein Mensch, weil auch wir haben zwei Bediener an den Maschinen. Und wir lassen sehr wohl und bewusst diese Aufgabe der Eingabe von Ware in die Maschine durch einen Menschen machen. Denken Sie an mehrere Artikel, die Sie kompakt, Stichwort Tetris, auf einen Eingabetisch legen möchten. Das kann ein Mensch intuitiv sehr, sehr gut und schnell. Ein Roboter würde an seine Grenzen stoßen, auch an Geschwindigkeitsgrenzen. Und da sagen wir, ist der Bediener, der Maschinenbediener wirklich die erste Wahl. Aber die nachgelagerten Aufgaben, wie Wellpappe zuschneiden, das Zukleben, das sind körperlich sehr anstrengende Arbeiten, würde man sie manuell tun. Das lasse ich von der Maschine machen. Insbesondere dann ein passgenaues Zuschneiden von Wellpappen wäre jetzt manuell gar nicht denkbar, denn das kann der Mensch nicht in der Geschwindigkeit umsetzen und auch nicht schneiden. Die Automatisierung von verschiedenen Prozessen, kann ich mir vorstellen, löst aber auch in dem einen oder anderen Mitarbeiter Ängste aus. Und ich glaube, damit haben Sie sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Gehen denn nicht durch diese vielen automatischen Prozesse und Maschinen auch wertvolle Arbeitsplätze verloren? Vor 20 Jahren hätte man das ganz bestimmt mit Ja beantwortet. Da wurde Automation ganz klar eingesetzt, um Arbeitskosten zu reduzieren, um Kosten zu reduzieren. Ganz klassisches Modell. Das Bild hat sich etwas verändert. Wir haben einen veränderten Arbeitsmarkt. Es ist gar nicht mehr so einfach, Mitarbeiter für logistische Themen, für logistische Arbeiten zu gewinnen. Und daher sind wir heute sehr, sehr froh, dass wir, oder die Unternehmen, die Nutzer dieser Maschinen sind sehr, sehr froh, dass sie über diese Technologie körperlich anstrengende Arbeiten den Menschen wegnehmen können. Aber keiner dieser Mitarbeiter, der vielleicht heute kein Packer mehr ist, würde seinen Arbeitsplatz verlieren. Ganz im Gegenteil. Man kann ihn höher qualifizieren und an anderer Stelle einsetzen. Und dort ist er für die Unternehmung letztendlich gewinnbringender. Aber es spricht heute keiner mehr von Automation ist gleich Arbeitsplatzverlust. Das ist eben ein verändertes Bild heute. Und ein weiterer wichtiger Punkt, die freigesetzten Kapazitäten kann ich nutzen für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Neue Geschäftsmodelle sind anfangs sehr oft manuell zu bedienen. Und da ist man sehr dankbar, wenn man eben auch noch diesen Freiraum hat zu atmen und zu sagen, ja, ich kann in neue Geschäftsfelder gehen, ja, ich kann sie manuell anfahren, weil ich die manuellen Kräfte habe. Ich habe sie mir nämlich geholt, weil ich an anderer Stelle Automation eingesetzt habe. Also ein Gewinn für den Mensch und für das Unternehmen, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Herr Weigl, wir sind am Ende. Ich freue mich, dass Sie da waren und ganz viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank.